So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und letztens im Stream hat wieder jemand gefragt, ob ich nicht mal die Go Battle League spielen könnte. Habe ich ja letztens schon mal zwei Folgen dazu gemacht. Einmal, wo ich meine längste Siegelserie gemacht habe, von 1 bis 14. An 49 komme ich leider noch nicht ran, das war ja mal der Schocker der Woche. Dann habe ich eine Folge gemacht, wo ich von Rang 7 auf Rang 8 aufgestiegen bin. Ich bin immer noch Rang 8, ich war auch noch nie höher als Rang 8. Jetzt möchte ich nochmal ein bisschen kämpfen, natürlich wieder in der Hyperliga, weil die Hyperliga ist ja momentan immer noch da. Und ich habe mein Team etwas abgeändert. Ich habe normalerweise ja das Giratina drin, als erstes, um Schilde rauszuloggen. Dann ein Lapras, genau mit 2,5 und ein Machomai, was eben auch Steinhagel kann. Gerade gegen Togekiss oder irgendwas Fliegendes. Jetzt habe ich seit neuestem aber dieses Lucky Shiny Lucario drin, was glaube ich ein 96er ist und kommt genau auch auf 2.500. Jetzt nehme ich das immer zum Schilde rausloggen. Und da habe ich eigentlich in letzter Zeit gute Erfahrungen mitgemacht, sagen wir mal. Ich möchte jetzt ein bisschen kämpfen, denn im Rang 8 gibt es ja eigentlich garantiert das Geronimatz als Belohnung. Und ich habe bisher noch nie aus der GoBattle League einen Geronimatz bekommen. Wir schauen einfach mal, was passiert, ob wir es diesmal schaffen. Mein einziges Geronimatz oder meine zwei einzigen Geronimatzen, die ich bekommen habe, waren von der Safari-Zone. Da gab es sie ja aus der Fotobomb und aus der Aufgabe, also eins aus einer Fotobomb, eins aus einer Aufgabe, so ähnlich irgendwie. Und das finde ich ziemlich schade. Viele haben da schon vorher tausendmal Geronimatz gehabt. Auch BisaFanTV hat immer darauf geschworen, ich habe schon drei Stück Bruder, ich kann dir mal eins abgeben oder so. War jetzt nicht mehr nötig. Mit Sabrina habe ich auch mal Geronimatz getauscht. Habe ich auch Lucky Geronimatz gemacht, habe mir da den Eintrag geholt. Aber ich wollte ja selber gern mal eins aus der GoBattle League bekommen. Auf Rang 9 gibt es ja dann eben auch Zurokeks. Oh nein, der bringt mich um. Ich muss nochmal schilden, dann habe ich zwar schon alle Schilde weg. Aber jetzt, wo das Lucario zweimal seinen Angriff noch gestärkt hat und trotzdem ein relativ cooles Pokémon ist, jetzt eigentlich auch stark sein müsste gegen Cherox. Deswegen denke ich mal, spätestens jetzt wird er schilden. Ach ne, er hat einfach ausgewechselt. Die Sau. Dann holen wir, wenn er auswechselt, wechseln wir auch mal aus und holen unser Labras rein. Wir können ja eh nicht mehr schilden, wir lassen das durch. Er kann höchstens mit Wasser angreifen. Wasser macht nix. Gut, er könnte auch Erdbeben, aber so schnell, wie der jetzt das Ding rausgehauen hat. Ich nehme Surfer aus dem einfachen Grund, weil das schneller aufgeladen war. Bis ich zu Eis komme, vergehen 100 Jahre, vielleicht schildert er es ja trotzdem ab. Dann kann man schon mal das Schild rausloggen und der Charge-Move von Labras macht eigentlich auch etwas Schaden beim Gegner. Er hätte jetzt ja sehen können. Och, der hat ja eh noch Surfer. Da kann ich. Na gut, er setzt jetzt schon eine andere Attacke ein. Er ist schlauer, als er aussieht. Vor allem ist er genauso rosa wie ich. Wenn das jetzt trifft, könnte er es sogar seinen Sumpex besiegen, obwohl es nur Wasser ist. Oder es lockt sein zweites Schild raus. Und es lockt sein zweites Schild raus. Er kommt mit seinem Xerox zurück. Das Xerox bringt mich um. Wenn ich meinen Lucario wieder reinhole, müsste ich eigentlich gute Chancen noch gegen das Xerox haben ein bisschen. Ist das jetzt tot? Ne, es lebt sogar noch ein Stück. Jetzt ist es tot. Giratina sieht auf jeden Fall richtig schlecht aus. Im Endeffekt macht er jetzt einfach seine Moves voll an Mime und ballert dann alles raus. Das wäre schön gewesen, wenn das noch überlebt hätte. Noch einmal draufgeknallt. Dann hätte es... Oh, es lebt sogar noch. Das Lucario lebt und es macht nochmal seine Attacke. Hat er jetzt noch ein Schild übrig? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat noch ein Schild übrig. Ne, doch. Nein, er hat keins mehr übrig. Es hat nur noch so wenig Energie. Und ich habe noch ein Giratina mit voller Energie, was einigermaßen reinhaut. Er kann natürlich jetzt eine Unlichtattacke gegen mich machen. Also Nachthieb irgendwas. Aber ich müsste es eigentlich überleben und müsste den Rest von ihm down kriegen. War relativ einfach, müsste man sagen. War ein bisschen ausgewogen. Hat Spaß gemacht. Ging trotzdem gut durch. Ihr seht, ich bin immer noch weit von den 200 Kämpfen entfernt. Machen wir mal nächster Kampf. Machen gleich noch eins. Wieder mit dem selben Team. Vielleicht kommen wir da auch so flüssig durch. Und ich habe heute meine Visage mal ein bisschen größer gemacht. Weil ich habe ja den ganzen Platz vom Bildschirm nicht gebraucht. Ihr seht hier links die Schleichwerbung, wo auch der Trainercode immer steht. Ihr seht den Handy-Display. Ihr seht rechts nochmal Schleichwerbung für den Chill mit Ramses Livestream. Immer am Montag. Jetzt sieht es schlecht aus. Jetzt müsste ich wechseln. Aber wenn ich jetzt wechsle, wechselt er bestimmt auch. Weil er bestimmt was im Petto hat, was gut gegen das Labras ist. Ach. Und er nimmt Giratina. Warum auch immer. Eigentlich greift Labras doch mit Eis an. Und Eis müsste gegen Drache doch auch ganz vernünftig sein. Wir hauen also weiter mit Eis drauf. Lassen das mal durch. Jetzt könnte ich ja vielleicht auf Eisstrahl gehen. Aber das dauert halt wieder 100 Jahre, bis das voll wird. Das zieht auch nicht so viel ab. Sein Drachen-Klauen-Teil. Wir schilden trotzdem jetzt mal. Denn das möchte ich wenigstens doch noch ein bisschen haben. Obwohl ich den Move bestimmt auch überlebt hätte. Gucken wir, ob wir ihm jetzt einen rauslocken können. Oder ob wir Schaden machen können bei ihm. Das Schlimme ist, wenn er dann mit Toggekiss kommt. Sein Toggekiss ist jetzt sein Ass. Das ist gut gegen unser Lucario. Das ist auch gut gegen unser Giratina. Er setzt nochmal einen drauf. Und wir machen was? Ich weiß es nicht. Wir schilden einfach nochmal. Es ist der größte Mist. Ich habe dann keine Schilde mehr. Er kann dann seine Schilde alle einsetzen. Beim Toggekiss. Taktisch klug. Ist was anderes, sage ich mal. Wir hauen den hier noch raus. Er schildet auch. Und er hat auch keine Schilde mehr. Das ist eigentlich jetzt eine gute Sache. Keiner mehr hat Schilde. Weder er noch ich. Ich denke aber mal trotzdem, das Lapras ist jetzt down. Wenn er da drauf knallt. Ich denke, es hat sogar noch etwas übrig. Vielleicht schafft es noch einmal Surfer. Es bringt noch einmal Surfer durch. Und er hat das letzte Jahr abgewehrt. Das heißt, das kann er nicht mehr abwehren. Vielleicht. Ah, wie knapp einfach nur. Jetzt natürlich die Frage. Er wechselt bestimmt dann sein Toggekiss ein. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme einfach auch Giratina erstmal. Er macht natürlich seine Attacke. Aber das Giratina hält in dem Moment, glaube ich, ein Stück mehr aus als das Lucario. Er wird trotzdem sicherlich das Toggekiss reinholen. Und wird erstmal schön meinen Giratina zum Schmelzen bringen. Wir hauen hier drauf trotzdem mit Drachenklaue. Obwohl vielleicht... Ach nee, der hat ja keinen Spukball. Das ist ja nur Schattenstoß. Schattenstoß ist trotzdem auch irgendwie ein richtig schlechter Move. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dem niemals Schattenstoß gegeben. So, jetzt haben wir leider nur noch ein Pokémon. Er hat noch zwei. Sein drittes kennen wir gar nicht. Er hat seine Attacke noch. Er ist sehr effektiv gegen uns. Müsste er zumindest sein. Ich glaube, wir sind down mit der nächsten... Nächsten sind wir nicht. Ja, Eroas. Hä? Hat er die ganze Zeit da Eroas? Nur sein Quick Move ist schädlich für uns. Aber wir werden es damit nicht schaffen. Da wäre Spukball besser gewesen. Aber das hätte zu lange gedauert. Wir haben wenigstens noch ein bisschen Schaden gemacht. Und jetzt hat er uns umgebracht. Wir kennen trotzdem nicht sein drittes Pokémon. Brauchen wir aber auch gar nicht. Und das Gute ist, ich habe euch ein bisschen an der Nase rumgeführt. Ich habe nämlich gestern schon drei Kämpfe gewonnen hintereinander. Habe jetzt den ersten Kampf, den ich gemacht habe, das war der vierte. Sprich, ich müsste jetzt trotzdem aus dem Fünfer-Set vier gewonnen haben. Und ein Geronimatz bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist noch ein Sinustein. Wir drücken mal drauf. Und haben unser garantiertes Geronimatz mit 828. Und das nehmen wir mal mit. Das war mal ein Ziel. Stufe 9 werde ich wahrscheinlich trotzdem nie erreichen. Obwohl, 4 von 5 ist eigentlich eine ganz gute Quote. Aber ich denke mal, ich hatte einfach nur Glück bei den Gegnern. Das sieht dann wieder anders aus. Wir können das auch mal bewerten, wie das ausschaut. 14, 12, 12 müsste das sein. Ist ein männliches. Machen wir mal ein Häkchen dran. Haben Bonbons mitgenommen. Wir kriegen noch die Kapitelbelohnung, wollte ich sagen. Und der Rang... Wow. Ey, der Rang 9 ist so ewig weit entfernt. Das ist... Respekt nochmal an jeden, der Rang 9 oder Rang 10 erreicht. Ihr seid echt heftig. Ich werde jetzt noch ein Fünfer-Set, glaube ich, spielen. Mal gucken, wie ich mich da schlag. Aber das Hauptziel war es, Geronimatz zu bekommen. Mein allererstes Geronimatz aus der Go Battle League. So werde ich vielleicht auch das Video nennen. Es ist nicht mein erstes Geronimatz, was ich habe. Aber das erste aus der Go Battle League, wie gesagt. So, mit dem Teil kann ich gar nichts anfangen. Was hat das für Attacken? Es ist sehr effektiv gegen mich. Ich bin wieder mal stur wie Bolle und haue einfach drauf, anstatt zu wechseln. Vor allem denkt man, das ist Stahl. Aber es ist bestimmt kein Stahl. Wir wechseln einfach mal hier aufs Giratina. Lass uns mal überraschen, was das jetzt macht. Nicht sehr effektiv. Sehr schön. Wir haben das voll. Haben das. Jetzt müsste ich eigentlich... Aha. Jetzt wollte ich sagen, jetzt müsste ich auf Labras wechseln. Aber ich habe ja kein Labras zum Wechseln, da ich ja eben schon gewechselt habe. Also machen wir Schattenstoß, lassen uns schön die Energie klauen, weil das einfach sehr effektiv gegen uns ist. Dafür braucht Pixi länger, um seine Moves voll zu machen, die dafür trotzdem dann richtig reinhauen. Wie kann es sein, dass so ein kleines, schäbiges Pixi gegen so ein fettes, großes Giratina nur den Hauch einer Chance hat? Wir sind schon wieder voll. Ich glaube wirklich, der lädt einfach nur seine Attacken auf und setzt sie mit Absicht nicht ein. Dass er beim nächsten dann Attacke für Attacke für Attacke hat. Denn wir sind down. Wir nehmen jetzt aber das Labras, damit wir den vielleicht noch wegkriegen und kein Schild nutzen müssen. Ich lasse das Schild weg, genau. Guck mal, ob ich einen Surfer drauf machen kann. Mondgewalt, ach du meine Fritteuse, das haut ja auch mega rein. Wenn er es jetzt abwehrt, wir aber nochmal Surfer durchkriegen. Er dürfte dann ja keine Schilder mehr haben. Können wir den vielleicht trotzdem platt machen? Ich muss nur seinen nächsten Move abwehren und hoffen, dass ich das schaffe, bevor er mich umbringt mit seinen Quick Moves. Surfer ist auf jeden Fall voll, bevor er nochmal was machen kann. So, ein Surfer drauf, du bist weg. Was geht ab, Bro? Was hat er jetzt ein? Schon wieder dieses Kackvieh. Und ich habe nur noch meinen Lucario, was eh schon schlecht war dagegen. Und er hat natürlich eine Attacke voll. Aber ich habe noch ein Schild. Das ist sehr schön. Das heißt, das Schild rettet mich. Ich habe sogar noch zwei Schilder. Ist rot, er hätte mich also voll gehittet. Ich kann die nächste Attacke auch noch abwehren. Ich glaube, ich komme dann endlich zu meinem Steigerungshieb. Werde ihn vielleicht noch weghauen können. Aber mit dem nächsten macht er mich platt und ganz klar verloren. In der ersten Runde schon. So. Und, wie sieht es aus? Er ist weg. Angriff steigt. Jetzt noch ein Sumpex. Ich bin tot. Ich habe keine Chance. Noch ein Abschiedssteigerungshieb hinterher. Den nehmen wir gerne mit. Hier, Sumpex. Weil ich dich so gern habe. Tschüss. Obwohl, das hat jetzt schon mächtig Schaden gemacht. Auch durch die normalen Moves. Wenn der Angriff von Lucario so mega gesteigert ist. Aber eine Aqua Hobbitze. Und das war es. Die Hälfte Energie hat er noch übrig gehabt. Sehr schön. Weiter geht's. Jetzt bin ich aus Versehen rausgegangen. Wir lassen das Team einfach so. Ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt. Also die Weiterentwicklung von Schnuthelm. Irgendwas mit Lanze. Irgendwie so. Sonst was. Aber wenn ich diesen Balken sehe zu Level 9. Habe ich sowas von keinen Bock. Weil ich mich bei Rang 8 immer nur im Kreis bewege. Jetzt bin ich mal gespannt. Er ist effektiv gegen mich. Aber ich bin nicht effektiv gegen ihn. Das ist so unfair. Ja. Wir hauen trotzdem mal drauf. Ich weiß auch nicht. Labras bringt nix. Labras ist ja auch dann verkackt gegen ihn. Es steigert sich. Wir müssen abwehren. Sonst liegt man gleich in der Ecke. Das ist auch von Anfang an schon. Kreuzsieb. Von Anfang an eine schlechte Aufstellung. In der ich im Prinzip sowieso den Kürzeren ziehe. Ich schaffe nicht mal meinen zweiten Steigerungssieb rauszuhauen. Schnell das Giratina rein. Komm Giratina, rette doch was. Jetzt kriegt es erstmal die Dresche voll. Er macht auch noch Steinhagel. Ist aber tot. Hat auch noch zwei Schilde. Mir fehlt eins. Er ist im Vorteil mit allem. Ich kann aber doch wechseln. Mal gucken. Was er jetzt reinholt. Toll. Jetzt hätte ich natürlich gern meinen Lucario zurück. Gegen Labras bringt das gar nix. Weil er mit seinen Elektroattacken gegen Wassertyp ist natürlich auch im Vorteil. Ich muss sehen, dass ich hier jetzt ein bisschen an ihm rummachen kann. Ihm viel Energie saugen. Mein letztes Schild hier auch noch rausballern. Und dann hat er immer noch sein drittes übrig. Was er dann gegen Labras einsetzt. Im Endeffekt farben da jetzt seine Energie die ganze Zeit. Wollen wir das schon abwehren? Ich brauch's ja eigentlich. Ach, ich hab nicht draufgedrückt. Aber Lichtkanone. Ich hab's grad so überlebt. Aber ich glaub, bis er das nächste Mal seinen Move macht, bin ich eh schon tot. Und dann hat er seinen Move auch noch vollgeladen. Wenn er gegen meinen Labras ran muss. Jetzt wehrt er ab. Sehr schön. Und ich bin noch nicht tot. Das bringt's nicht, oder? Komm, ich wehr trotzdem ab. Vielleicht schaffen wir noch einmal die Drachenklaue durch. Äh, Drachenklaue? Drachenpuls? Genau. Hier, komm, Drachenklaue. Einmal. Hat er immer noch ein Schild? Ja, oder? Das heißt, einmal Drachenklaue. Einmal abgewehrt. Er hat wenigstens keine Schilde mehr. Ich bin wenigstens tot. Sehr schön. Ey, ich hab noch mal die Drachenklaue. Jetzt denkt er bestimmt, ich bin Cheater. Weil bei mir einfach alles tausendmal lädt. Es geht durch. Er ist sogar fast tot. Jetzt fall ich aber bestimmt. Jetzt kommt mein Labras. Er hat seinen Move voll. Das war klar. Er hat den Move voll. Er haut drauf. Lichtkanone. Ist das Elektro? Ja, oder? Sieht noch ganz vernünftig aus. Keine Schilder mehr. Labras ist ein Tank. Jetzt kommt es auf das letzte an. Und er holt wieder das dreckige Sumpex raus. Aber ich verlasse mich jetzt mal drauf, dass seine Aquahobitze nicht so viel Schaden macht. Und der Surfer mehr Schaden macht. Deswegen hauen wir einfach drauf. Sehen, dass es nicht viel abzieht. Er schon wieder seine Attache voll hat. Nein. Warum denn? Aber wenn ich warten will, bis ich Eisstrahl voll habe, dann hat er schon wieder seine Attache gemacht. Und schon. Ja, der ist doch schon wieder voll. Wie willst du eine Eisstrahl durchbringen? Ich verstehe es nicht. Gut, wir bringen keinen Eisstrahl durch. Wir leben noch. Vielleicht schaffen wir noch einmal Surfer. Einmal Surfer noch hinterher. Jetzt ein Lucky Punch. Komm. Jetzt alles treffen. Einfach fabelhaft. Und... Zack. Und er hat noch Energie übrig. Und ich auch. Und ich fall. Und er ist... Und er macht noch mal seinen Move. Gut. Er hat uns gezeigt, wie es geht. Zweites Match. Zweiter... Äh... Lose. Das wäre ein dummes Wort. Zweimal kämpfen. Zweimal verlieren. Und wie habe ich das geschafft, dass ich viermal hintereinander gewonnen habe? Keine Ahnung. Drei Matches haben wir noch vor uns. 2042 Punkte. Da... Da falle ich doch bestimmt dann wieder auch... Wieder unter die, äh... 2000. Also... Pfff. Ich glaube, ich muss mich so weit runterleveln lassen, dass ich null habe. Und... Och nein! Der fängt wieder damit an. Dann wechsle ich halt wieder auf Labras. Dann sagt er wieder, ach Labras, da habe ich auch was Gutes dagegen. Soll ich es dir mal zeigen? Ja? Und was zeigt er mir? Einen? Jetzt hat er natürlich Lucario. Ah, hat er es gut. Ja, wenn ihr am Anfang schon schlecht gestellt seid und wechseln müsst, der, der zuerst wechselt, der hat eigentlich verloren. Weil der andere meistens mit irgendwas nachzieht und das war's dann. Er haut das ganze Labras hier weg, obwohl sein Lucario eigentlich... keine gute Verteidigung hat. Aber dafür kann ich wenigstens seine zwei... Schilder rausloggen, oder? Lässt er das durch? Zieht auf jeden Fall ordentlich ab. Komm Labras, wehr dich doch ein bisschen. Jetzt holen wir unser Lucario. Jetzt holt er gleich wieder sein komisches... Wir müssen's machen. Aurasphäre. Die habe ich noch nie benutzt. Die habe ich gar nicht bei mir drin als Move. Jetzt hat er wenigstens sein Lucario weg. Jetzt holt er sicherlich wieder sein... sein dreckiges Toggekiss raus. Dann versuchen wir schnell... Ach, verdammt. Jetzt wollte ich rüber eigentlich auf Spukballen. Wollte da weitermachen. Jetzt habe ich's verkackt. Denn der hat noch volle Energie. Der hätte niemals im Leben jetzt geschildert. Doch, er schildert. Warum auch immer. Schnell! Warum habe ich jetzt gewechselt? Ich weiß es selber nicht. Ich habe gewechselt. So. Hätte ich einen Spukball durchgebracht... ...vom Lucario. Das wäre mega gewesen, aber... Toggekiss, ne? Das weiß schon, was es macht. Außerdem hat er eh geschildert. Das wäre egal gewesen, was ich nehme. Wir müssen unser letztes Schild auch noch verbrauchen. Oben ist eine Rosette am Bildschirm. Scheint wieder was von YouTube zu sein. Antik-Kraft. Wunderbar. Nochmal Drachenklaue. Hinterher. Ich habe keine Ahnung. Was nutzt man denn gegen Toggekiss? Nichts. Ah, sehr effektiv. Sehr effektiv. Er rußt drauf. Er rußt drauf. Jetzt müsste es eigentlich down sein. Hat er gerade gewechselt? Ach, du mal... Jetzt hat er auch... Ja, er hat gewechselt. Er holt seinen Giratina rein. Ich komme mit meinem angeschlagenen Lucario. Ich schaffe es vielleicht. Nein, den schaffe ich nicht. Sogar jetzt. Er kommt neu rein, aber... Seine Attacke voll. Weg mit dem Lucario. Shiny gegen Shiny. Zack. Drei Matches. Drei Mal verloren. Geronimatz abgeholt mit der besten Leistung im PvP, die man je haben kann. Oh mein Gott. Würde mich nicht wundern, wenn ich in Rang 7 wieder abrutsche. Aber das geht ja angeblich nicht, habe ich gehört. Deswegen könnt ihr ruhig 100.000 Kämpfe verlieren. Das ist nicht schlimm. Ihr könnt nicht wieder auf Rang 7 rutschen. Und er hat... Sumpex. Sumpex. So. Aber... Es ist halt... Es ist halt schon wieder effektiv gegen mich. Jetzt nicht mehr. Verstehe ich nicht. Ist es jetzt effektiv gegen mich oder ist es nicht effektiv? Erst steht es da, dann steht es nicht mehr da. Komm, lass dich ein bisschen verprügeln, Bruder. Du machst Aqua-Hobitze, habe ich gehört. Das knallt bei mir zwar rein, aber ich werde es sicherlich überleben. Alter. Ey, ich habe gedacht, ich habe wenigstens noch die Hälfte übrig. Und ich schaffe es wieder nicht, meinen zweiten Steigerungshieb durchzubringen. Er hat immer noch zwei Schilde. Das heißt, wir müssen lieber das Geratina nehmen, zum Schilde rausloggen. Wir werden auch seine Aqua-Hobitze durchgehen lassen. Wir müssen uns die Schilde aufheben fürs Labras. Das ist süß. Das muss... Hat er jetzt Erdbeben gemacht? Ich habe gar nicht hingeguckt. Dieser schmierige... Na, warte. Ja, dann machen wir halt irgendwas. Eigentlich könnte ich den Kampf verlassen, dann hätte ich schneller verloren, als wenn ich warten muss, bis er mich komplett besiegt. Und Pixi! Genau, darauf habe ich doch gewartet. Das Ding ist, wenn ich jetzt wechsle, kann er ja auch noch wechseln. Er hat ihn ja nicht eingewechselt. Er ist ja reingekommen, weil seins verloren wurde. Ich muss trotzdem aber mal wechseln. Und ein bisschen mit dem Labraster rumspielen. So, Surfer. Und? Das hat gesessen. Damit hat er noch nicht gerechnet. Jetzt macht er mich kaputt. Gut, ich weiß nicht, was er nimmt. Wieder Mondgewalt. Ja. Wie viel zieht das ab? Sternenhieb. Wäre vielleicht okay gewesen. Alter. Er hat natürlich Alola Slymog. Alola Slymog. Okay. Wir gehen mal auf Eis und überraschen ihn. Und er wehrt es bestimmt ab. Weil er hat ja noch, ähm... Er hat ja noch ein Schild. Er hat noch zwei Schilde sogar. Wir machen Eisstrahl. Er verlässt sich bestimmt auf seine Verteidigung, dass er viel Energie hat, Surfer nicht so viel abzieht. Also lässt er es durch und stirbt. Nein, er wehrt es ab. Was für eine Pussy. Er hätte mir doch wenigstens den eingefallen tun können. Jetzt muss ich auf Surfer setzen, aber mit seinem komischen... Ich habe die Attacke schon wieder vergessen. Vor zwei Sekunden erst gemacht. Mülltreffer. Ah. Weg. Und was habe ich noch? Ein am Seidenen Faden hängendes Giratina, was auch natürlich weg ist. Er hat sogar noch ein Schild mit rausgenommen. Er hat noch ein Schild mitgenommen. Und zwei Pokémon. Also, sehr schöne Sache. Wie viel habe ich jetzt? Drei? Vier? Ich glaube, das ist der letzte Kampf sogar von diesem Set. Vielleicht schaffe ich es sogar, alle fünf zu verlieren. Das wäre auf jeden Fall heftig. Geronimatz aus der GBL. Garantiert. Wie soll ich denn so an Zurukeks kommen? Ich habe damals Zurukeks bekommen. Da war das noch nicht so behindert. Dass man Rang 9 erreichen musste. Da war das, glaube ich, auf Rang 7 oder so. Jetzt haben sie es in Rang 9 gepfropft. Warum auch immer. Und der hat schon wieder diese komische Weiterentwicklung, mit der ich nichts anfangen kann. Und er hat halt immer den Vorteil. Egal, was er vorne reinnimmt. Irgendwie hat es sich rumgesprochen, dass ich Lucario habe, oder? Deswegen nehmen die alle was, was gegen Lucario effektiv ist. Ja komm, lass mal durch, ne? Ich traue mich heute mal was. Ich habe ja eh nichts zu verlieren. Schlagbohrer. Das hättest du dir so gedacht. Und er macht natürlich gleich noch einen. Ja mach doch. Ich spare mir das Schild auf. Da kenne ich nichts. Ich glaube bisher... Ich glaube, ich mache lieber mal meine Drachenklaue. Ich weiß nicht. Bevor der nochmal seinen Schlagbohrer macht. Oder um ihn wenigstens jetzt ein Schild rauszulocken. Und dann macht er seinen Schlagbohrer. Ich rechne mit allem. Ne, er lässt ihn. Er opfert sein. Komisches Ritterrüstungskackvieh. Jetzt mit Labras. Aber ihr wisst, er kann noch wechseln. Wenn ich Labras nehme, dann kommt er wieder mit was anderem. Also machen wir jetzt hiermit ein bisschen Schaden. Sind sehr effektiv. Er gegen mich auch. Und jetzt kommt das Labras schon von ganz alleine rein. Und egal was er jetzt gegen das Labras reinnehmen möchte. Ich habe ja noch zwei Schilde. Eher nicht. Schattenstoß. Weiß nicht. Die Attacke ist doch eigentlich richtig schwach, oder? Ich haue auf jeden Fall drauf. Wichtig ist jetzt auch seine Schilde noch rauszulocken. Hm. Was natürlich sehr gut gelingt. Wir lassen mal einen Schattenstoß durch. Und gucken mal, wie viel das abzieht. Nichts. Sehr schön. So kann es gehen. Dann machen wir hiermit weiter. Obwohl ich jetzt eigentlich, wenn Schattenstoß so wenig abzieht, hätte ich eigentlich so viel Energie immer zu sammeln müssen und ansparen. Ich lasse den nächsten auch mal durch. Und den Rest nehme ich mit. Ja, mach ruhig. Guck, ich lasse durch. Ich schilde nicht. Und ich mache auch keinen Charge-Bruf. Ich kämpfe einfach normal weiter, bis du am Boden liegst. Denn noch einen Schattenstoß müsste ich auch überleben. Und wenn er jetzt tot ist, aber er hat immer noch ein Schild. Jetzt wehrt er den ab. Bitte wehr ab. Er wehrt nicht ab. Aber ich habe den Eis... Ich wollte sagen, ich habe den Eisstrahl voll. Ich mache den Eisstrahl. Nein, er kommt mit Aquahaubitze um die Ecke. Jetzt habe ich aber den Eisstrahl. Jetzt wehrt er aber sicherlich ab. Ausgerechnet den... Hätte ich das gewusst, dann hätte ich erst den Eisstrahl gemacht. Ist das ein Arsch. Der hätte ihn so weggebracht einfach nur, aber... Nö, er lässt es halt durch. Und er macht halt nochmal, nochmal. Und das ist auch verkackt einfach nur. Schon wieder verloren. Sehr schön. Das ist eine Meisterleistung. Das muss auf jeden Fall auf YouTube. Wenn ihr auch die GBL so cool findet, schreibt es mal in die Kommentare. Das müssten jetzt wirklich alle fünf genau. Kämpfe bis du gewinnst. Nichts ist passiert. Wunderbar. Ach, ist das schön. Wir haben aber auf jeden Fall das Geronimatz bekommen. Das ist sehr schön. Da freue ich mich ganz besonders. Wie man sieht, ist hier mein tägliches Rauch-Pokémon. Ein... 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 Ein Grammurks. Daneben hier saß auch ein Dusselgur. Ach man, jetzt ist es weg. Gut, egal. Wir hören gar nicht drauf, was da steht. Das war es auf jeden Fall. Trotzdem erstmal von meiner Seite aus. Also, wie stellt ihr euch in der Go Battle League an? Welchen Rang habt ihr mittlerweile? Bewegt ihr euch auch im Kreis, so wie ich, auf Rang 8? Und es passiert einfach nichts? Oder schreitet ihr immer weiter voran? Was ist euer Team? Was nehmt ihr momentan? Was habt ihr für Tipps für mich? Was kann ich anders machen, um trotzdem irgendwo mal Erfolg zu erzielen? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Ich hoffe, es hat vielleicht trotzdem Spaß gemacht. Das Geronimatz ist auf jeden Fall am Start. Habt ihr auch schon mal einen Geronimatz aus der Go Battle League bekommen? Schreibt es rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.